Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von PUBG. In der letzten Folge ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Wir haben es in die Top 10 geschafft, sind dann leider gestorben, aber war gar nicht so schlecht. Und ich stelle mit Freuden fest, dass es eine neue Musik im Hauptmenü gibt. Ich fand ja die, die im aktuellen Hauptmenü immer so in letzter Zeit war, ein bisschen mäh. War sehr atmosphärisch, aber war nicht wirklich so coole Musik. Da fand ich die vorher auf jeden Fall besser. Aber die ist jetzt auch nicht schlecht. Auch wenn ich die immer noch nicht so gut finde wie die von davor. Naja, wir springen rein. Das ging schnell. Ich gehe mal da hin. Oh shit, hier sind andere. Da ist jemand. Bei derselben Häusergruppe. Aber keine Chance. Da hatte ich keine Waffe gefunden. Ja. Versuchen wir es mal da. Okay, ich sehe niemanden. Oh, schonmal Schalldämpfer. Dann gehe ich mal darüber zu den anderen Häusern. Weil diese ein bisschen mittiger in der Zone. Aber da ist eine Tür offen. Also eventuell war hier schon jemand. Also beziehungsweise hier war ziemlich sicher schon jemand. Oh mein Gott, das war richtig schlecht. Warum habe ich ihn da daneben geschossen? Holy shit, Alter. War das scheiße. ... ... ... Gut, das ist relativ gut gelaufen. Oh, das ist sehr gut. Guck, da habe ich jetzt tatsächlich gerade aus Versehen E gedrückt, um das Inventar zu schließen. Ich würde mal sagen, ich spiele zu viel Minecraft. Oh, ein Dreifach, sehr nice. Ich habe immer nur eine Stufe 1 Weste, aha, Stufe 2 Weste, sehr gut. Hier ist irgendwo einer. Das war richtig nah. Shit, Alter. Okay. Okay. Jetzt wird es kritisch. Fuck, von wo? Von wo? Hä? Hä? Ja, wahrscheinlich von ganz da hinten, oder? Genau, wahrscheinlich. Aber Nummer 6, das ist nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch für heute wieder mit PUBG. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich läuft es da wieder gut genug, dass wir es vielleicht in den Top 10 schaffen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht läuft das auch eher so, wie die ersten Leute hier mal gespielt haben. Naja, wenn ihr sehen wollt, was so passiert, abonniert den Kanal. Bis dann. 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 Bis dann.